Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in diesem Video soll es mal um den Euroshop gehen. Ich habe da mal geguckt, aber ich sage mal so, wie viele andere habe ich jetzt nichts, keine genialen Filme gefunden, wie jetzt andere noch. Und vor allem, das ist das erste Video, was ich mal probiere. Ich muss da selber erstmal gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Und was ich in 4K drehe, also ich habe mal geguckt, es wird natürlich viel, viel Speicher fressen. Und ich werde mal gucken, ob sich das dann überhaupt lohnt, 4K. Wie gesagt, wenn man jetzt über ein Handy guckt, ja, viele neue Handys haben schon 4K. Ob man da jetzt einen großen Unterschied merkt, glaube ich nicht. Gerade jetzt auch bei mir hier bei der Qualität. Also ich glaube nicht, dass sich das da so lohnt. Und wenn man jetzt über den PC guckt, zum Beispiel mein Monitor unterstützt das nicht. Der unterstützt nur 1440p bisher. 1440p meine ich. Und meistens über den Fernseher, da geht das gut. Über die YouTube-App, da kann man 4K gucken gut. Aber sonst, ja, geht auch ziemlich runter. Ich sehe schon hier den Speicher. Mal gucken, ob sich das dann lohnt. Und wenn es auch, wenn ihr sagt, ja, 4K lohnt sich. Wenn nicht, dann eigentlich reicht auch Full-AD meiner Meinung. Aber wenn es euch besser so gefällt, dann mache ich das auch so. Gut, dann fangen wir mal an mit den ersten Filmen. Also, wie gesagt, ich sehe jetzt eine kleine Veränderung, ein bisschen schärferes Bild. Aber sehr viel schärfer nicht, oder? So müsste es gehen. Ja, den ersten Film, wie gesagt, den ich mir geholt habe, da ich jetzt sowieso nur dieses Video an den Tag drehe, lade ich das dann gleich hoch und dann ist der Speicher eh wieder dann frei, weil ich lade immer, also ich drehe immer die Videos und lade sie hoch auf Privat. Und dann tue ich die Planen, mache ich jetzt so immer. Ja, wie gesagt, das Video kommt ja am 1. April. Wahrscheinlich kam vorher schon ein Video. Das müsst ihr euch mal angeschaut haben. Das ist kein April, Schatz. Das Video sage ich nur jetzt mit den Euroshop. Den habe ich wirklich vom Euroshop. Ist halt die Sonntagsvideos und die kommen ja jetzt immer Samstag 20 Uhr. Und deswegen ist das ja heute 1. April. Die anderen habe ich schon vorher aufgenommen. Das habt ihr ja dann schon gesehen. Ich weiß schon gar nicht mal, was da alles dabei war. So lange ist das schon her. Ja, aber viele Blu-Rails, Neuheiten etc. Ja, dann nächste Woche kann ich euch schon mal informieren am Karfreitag. Wahrscheinlich kam jetzt eine Abstimmung. Ich nehme mal stark an, jeder hat 4K genommen. Und da wird es das 4K-Update geben. Ich habe da jetzt auch ein bisschen gesammelt. Und das 4K-Update wird sich sowieso jetzt ändern. Ich mache das nur noch einmal monatlich. Also es gibt ein Monats-Update von 4K-Filmen. Wollte ich ja eigentlich machen, auch mit Blu-Ray-Filmen. Aber nee, dann habe ich ja kaum noch Videos. Also die werden einmal im Monat kommen. Und da habe ich gedacht, ach komm, dann nimmst du gleich Karfreitag. Und das sind viele Klassiker, bisher habe ich nur 2. Ich will mir dann noch nämlich ein paar kaufen. Und dann werden es ein paar mehr, vielleicht so 8, ich sage mal 8. Vielleicht, ich weiß es noch nicht ganz genau, wie viele es sind. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Und ja, und dann ein Sonntag kommt halt, das normale Sonntag-Update. Das kommt ja eh Samstag. Und dann am Montag, am Feiertag kommt auch noch eins. Ja, nun war das schon mal vorab für nächste Woche. Ich nehme es jetzt ja schon im März auf, das Video. Und da habe ich noch ein bisschen Zeit, die Sachen zu sammeln. So, jetzt fangen wir aber an. Den ersten Film, den ich mir ausgesucht hatte, es war auch ziemlich spät. Ich hatte nicht mal viel Zeit zum Gucken. Aber Richtige Krahau war nicht dabei. Also jedenfalls in Main, wenn ich da sehe, was Kumpel Tobi da holt. Der hat viele Splendid-Filme und so. Ja, bei uns nicht. Leider. So, jetzt muss ich noch mal das Mikro hier kurz umstecken. So, jetzt müsste es gehen. Ja, der erste Film ist mit Danny Glover. Ich meine, da habe ich sogar noch einen. Da kann ich den gleich genau, genau. Ja, das ist ja der B-Movie-Darsteller mittlerweile. Da macht ja nur noch B-Movies eigentlich. Ja. Das ist einmal hier Subway Macy. Oder wie heißt der Film? Subway Macy. Ja, also großen Unterschied erkenne ich jetzt hier nicht auf der Cam. vom 4K, keine Ahnung. Mal sehen, sah cool aus. Ja, in so einer schwarzen Hülle. Auch wieder meine Lieblingsverpackungsart. Äh, Lieblings-Einschweißart. Ja, die Schrumpelfolie. Ja, die Schrumpelfolie. Erkenner wissen es schon, was ich hasse. Schrumpelfolie. Ja, ähm, mal gucken. Sieht sonst so ein Gangster-Film aus. Ich weiß noch nicht. Ist von Cape Light. Cape Light ist der. Cape Light liegt jetzt auch schon im Euroshop. Ja, wie gesagt, Kick hatte ja noch Ausverkauf. Wollte ich eigentlich auch ein Video machen. Ja, ich hätte ein Video machen können, aber da hätte ich euch so zeigen können. Ich zeige euch meine Ausbeute. Nämlich nichts. Es war nichts da. Ähm, überall ausverkauft in sämtlichen Kick-Fialen. Ähm, ich war sogar in einer gewesen. Dann bin ich raus. Ja, ich wusste halt, wo in der Filiale bei uns hier die Filme liegen. Aber wollte raus. Und da kam so ein, ja, etwas, ich war zwar ein bisschen älter wie ich, kam so an. Ja, suchen sie was. Ich so, ja, Filme, DVDs, Blu-Rails. Ja, die sind da vorne in so einen Restekorb. Und da ist dann noch mitgekommen. Aber da war wirklich nichts mehr drin. Dann sind sie alle. Ja, also das ist wirklich, die haben die alle verrückte gekauft für 29 Cent. Ich habe mich auch so überlegt, nimmst du ein paar Filme mit, allein schon die Höhen. Denn, was kostet so eine einzelne Blu-Rail-Hülle schon? Glaube ich. 69 Cent. Und für 29 Cent auch durch DVD-Hüllen und so, etc. Ja. Wie gesagt, das ist einmal hier Subway Macy. Mal gucken, wie der ist. Wie gesagt, das war der erste. Also es sind sieben Filme, kann ich schon mal sagen. Dann habe ich noch den hier mit Danny Dreherum. Wie gesagt, wenn es nicht ist, hat man wenigstens eine Hülle, sage ich mal, von Euro. Hier wird jetzt so schon 1,30. Aber ja, also ich habe da auch schon mal gute Filme gehabt, muss ich sagen. Das Problem ist jetzt auch hier, ich weiß gar nicht, ob der Uncut ist. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Hm. Das kann ich euch auch nicht sagen. Also wer es weiß, ich muss mal bei Schnittberichten nachgucken. Gut, sowas hier glaube ich nicht, dass der geschnitten ist von K-Play. Die bringen ja eigentlich keine geschnittenen Filme. Falkomedia. Aber der macht ja echt nur B-Movies. Der Danny Dreherum. Ist auch nur Deutsch. Ist nicht mal auf Englisch. Also keine Ahnung, was es da geht oder wo. So Voodoo-Encounters. Also ich denke mal, Voodoo kennt jeder hier. Ob das damit was zu tun hat, das weiß ich gar nicht. Ja. Mal schauen. Das war der zweite dann noch mitgenommen. Den hat auch Tobi mitgenommen. Den hatten sie immer in Müller für 5 Euro. Da wollte ich um überlegen. Auch viele Escort Elite Filme haben die. Auch diesen einen mit, ach wie hieß denn der nochmal? Mit Daniel Radcliffe, wo der so Pilot ist. Den hatten die auch da, aber den hatte ich halt schon. American Animals. Ein hochspannender True Crime-Fuller. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ist das ein englischer Film? Ich dachte, das war wieder so dänischer oder sowas. Aber nee. American Animals. Dann noch mitgenommen. Ich weiß nicht, hatten sie den nicht auch immer im Euroshop? Ach, im Euroshop. Im Kick oder so vor 2,99. Also die haben jetzt viele Cape Light und Escort Elite. Oder Escort Elite. Aber, ja, mal gucken. Wie gesagt, wenn es nichts ist, ist es halt nichts. Von dem Preis kann man, sag ich mal, nichts falsch machen. Ich habe jetzt auch lange noch nichts gekauft. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ich war ewig nicht im Euroshop. Ja, seit, glaube ich, letztes Jahr August oder so. Und Titanium Strafplanet XT59. Mal sehen. Also, nach so einem Science-Fiction-Film. Ich habe echt wenig jetzt so. Escort Elite. Eigentlich macht immer Cape Light die ganzen. Ist ein russischer Film, wenn man das sagen darf. Eigentlich macht ja Cape Light immer die ganzen russischen Filme. Ja, mal sehen, wie der ist. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe wirklich, ich kenne die wirklich nichts. Ich kann überhaupt nichts sagen zu den Filmen. Aber für einen Euro 30 nimmt man mal mit. Genauso hier. Ich glaube, das ist ein französischer. Nein, ein spanischer. Ich mag französische Komödien vor allem. Also, ich bin ja riesen Komödien-Fan. Und Komödien wirklich, ah, geil. Also, ich liebe Komödien. Muss ich echt sagen. Dann hier, wie gesagt, ein spanischer. Ich habe auch erst ein spanischer geguckt. Genau, doch, das war ein spanischer. Ist aber, glaube ich, nicht auf Spanisch drauf. Nur deutsch und niederländisch. Auch ein bisschen komisch. Also, und zwar hieß da Sweet Home. Den habe ich geguckt. Nico, du wirst wissen, welchen ich meine. Da habe ich dir ja damals geschrieben. Den habe ich gestern geguckt. Der war ziemlich geil. Der ist sogar schon out of print. Aber in Müller kriegt er den noch für 5 Euro. Ebenfalls im Onlineshop ist der noch da. Ich weiß jetzt nicht, ob im Laden den jeder hat. Müsst ihr mal gucken. Das war so ein cooler, kleiner Home-Invasion-Friller, muss ich sagen. Sweet Home. Ist ab 18. Müsste auch ankert sein, ja. Hier, wie gesagt, Freunde fürs Leben. Ist ein spanischer. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier um den Hund geht oder so. Das Publikumsliebling vom Toronto-Zürich-Film-Festival. Gewinner, bester Schauspieler, bester Film. Eine berührende Hymne auf das Leben und Freundschaft. Mal sehen. Es hat ja nichts Schlechtes zu heißen. So spanisch oder so. Ganz ehrlich, die machen bessere Filme, die Franzosen und die Spanier, wie die Deutschen. Du hast nur noch Komödien hier. Caveman oder wie hieß der Film hier, wo vor allem, da wird immer wieder verschoben hier, diese deutsche Komödie und es ist gar kein Corona mehr, etc. Und dann kam er im Januar. Da kam er raus. Also wie gesagt, mit deutschen Filmen, auch wenn da mal welche dabei sind bei mir, kann ich groß oder vielseitig nichts anfangen, wenig nur. Also gucke ich mir lieber so auch, na klar, englische Filme gucken die meisten, das ist normal. Aber so auch mal französische Komödien. Zum Beispiel kommt jetzt Alibi.com 2. Richtig geil. Da war ich nämlich damals sehr überrascht von den Filmen. Oder sowas wie mit Christian Klavier oder John Renaud, die Besucher oder sowas. Das finde ich auch geil. Da lache ich mich schlapp. Aber so deutsch, es ist ganz wenig so, was ich geil finde. Also sowas wie Doktorspiele. Fällt mir noch ein, 2014 kam da im Kino, da war ich mit einem Kumpel im Kino. Das war ziemlich lustig. Denkst du auch so um Sex und so, aber gut, so Teenie. So ein bisschen wie Milk and Pie, aber kommt natürlich bei weitem nicht ran. Ja, Freunde fürs Leben, mal gucken. Und dann jetzt kommen wir zu was, was ich immer gesagt habe. Ja, das ist nicht meins, das gucke ich nicht. Und ihr wisst wahrscheinlich, welches Zweitgenre das sind. Das sind einmal Dramen. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Dramen und eigentlich Liebesfilme. Da bin ich eigentlich nicht so. Ich habe den mitgenommen. Ja, aber man muss ja mal was ausprobieren. Aber ich sage immer so, Liebesfilme, so Schnulzen. Klar, wenn man eine Freundin hat oder so, dann guckt man das mit. Aber ich weiß nicht, guckt sich wirklich, ihr könnt es mal unten reinschreiben, seid ihr Single und guckt euch alleine einen Liebesfilm an. Und mit Taschentüchern und, ich meine, Claude Titanic oder so, da kommt einem auch eine Träne. Mir auch. Übrigens, hoffentlich kommt da mal eine 4K-Ankündigung jetzt mal. Ich warte da immer noch. Genauso wie Avatar. Schweinerei ist das. Da kam er jetzt digital. Nicht mal auf Disney Plus. Nein, wir müssen noch ein paar Euro mehr. Wir haben nicht viel Geld, Disney. Wir bringen den erst digital raus. Dann wahrscheinlich Disney Plus. Und dann irgendwann auf Disc. Echt eine Schweinerei. Aber hier, wie gesagt, immer wenn du bei mir bist. Mal gucken. Ich glaube, das ist auch von Cape Light. Auch mit richtiger Folie, ja. Ich weiß überhaupt nicht, um was es da geht. Ich habe mich da nicht informiert. Ich habe nur das Cover gesehen. Wie gesagt, ich wurde da zu dem Zeitpunkt, da haben die fast zu ihm, aber ich hatte nicht mehr viel Zeit. Irgendwie wurde die schon die ganze Zeit da an der Tür und hat die Worte da viel mehr. So, da bin ich bitte. Ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammengeschnitten. Ich weiß nicht jetzt, ob es an 4K ist, aber er hat mich auf jeden Fall rausgeschmissen. Die App, über das ich aufnehme, weil sonst mein Handy direkt kann ich gar nicht 4K aufnehmen. Vielleicht war es doch keine gute Idee, aber mal gucken. Ja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt überhaupt? Ja, hier Liebesfilm und ich habe ja gesagt, ich gucke keine Liebesfilme oder was, habe ich gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich habe noch gequatscht und dann war es schon beendet. Ja, auf jeden Fall richtig viel Speicher. Ich sehe schon 4 GB. Das war jetzt 10 Minuten Video. Das ist schon ganz schön krass. Ja, also jedes Video wird dann wahrscheinlich nicht in 4K kommen. Ja, mal gucken. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und der letzte Film ist quasi auch, ist es ein Liebesfilm? Ja, Liebeskomödie. Ihr nehmt das mal weg und Komödie und so, das ist meins. Hier, gerade aktuell ja jetzt im Kino mit John Wick 4. Und hier Destination Wedding, was ich neckt, das liebt sich. Riona Ryder, Keanu Wies. Mal gucken, wie da ist. Ich glaube, hier kam er gleich von John Wick rüber. Sieht auf jeden Fall so aus. Mal gucken. Deutsch, Englisch, 87 Minuten. Wie gesagt, so ein Film in der Hauskunft kostet bestimmt auch 15 Euro. Und da habe ich den jetzt mal mitgenommen für 1,30. Wie gesagt, da macht man nichts verkehrt. Echt scheiße, jetzt ist das wirklich aussehend. Die Cam, keine Ahnung, ich habe ja nichts gemacht. Aber jetzt, wenn ich so gucke, es müsste ein besseres Bild sein. Wie gesagt, ich gucke mich das dann mal an. Ich werde es dann mal jetzt zusammenschnippeln. Über das Handy werde ich es nicht kriegen, weil ich nicht so viel Speicher habe tatsächlich. Dass ich das zweimal machen kann. Na, ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, das war es jetzt schon das Euroshop Update. Mehr war es nicht. Reicht auch. Muss ja nicht immer so viel sein. Mehr war auch nicht. Wie gesagt, es waren keine richtigen Kracher da, wo ich gesagt habe, hier nehme ich mit. Damals mal im Dezember, das ist schon ein paar Jahre her, da waren immer richtig coole Splendid-Filme. Aber ich war überhaupt das in Splendid. Nee, Splendid war auch gar nicht vertreten. Also ich weiß nicht, jeder muss da immer verschiedene, weil ich finde, oder ich fand, die hatten wirklich immer dieselben. Es waren immer dieselben. Meist von Escort Elite. Und vielleicht kriegen die anderen dann Splendid. Aber ich kann mir auch Nameless zum Beispiel. Haben auch viele. Bei mir nie. Ich habe noch nie Nameless für mich sehen. Also echt ziemlich geil. Oder manche haben Mediabooks oder Steepooks sogar schon gehabt. Da denke ich mir, alter Schwede. Hätte ich auch gerne. Ja. Wie gesagt, ich zeige es euch nochmal in Schnelldurchlauf. Das war Destination Wedding. Müsst ihr selber mal gucken, was sie bei euch haben. Immer wenn du bei mir bist. Freunde fürs Leben. Dann einmal Titanium. American Animals. Voodoo Encounters. Und Subremace. Das war der Anfang. Ich habe auch mal gesehen, ich kann da noch 120 Bilder pro Sekunde. Also 120 FPS. Ich glaube, dann kann ich gleich hier, dann muss ich gleich nur 120 Gigabyte Speicherkart holen. Also das frisst verdammt viel. Deswegen bin ich auch immer so verstaunt. Ich weiß nicht, ich gucke ja auch andere YouTube Kanäle außerhalb vom Film. Und wenn ich zum Beispiel gerne gucke, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den kennt. Outdoor mit Sebastian zum Beispiel. Der tut immer so anderen. Und da filmt das immer. Das finde ich auch immer richtig cool. Und da filmt das auch im 4K. Hat wirklich eine super Bildqualität. Aber das sind manchmal anderthalb Stunden oder so. Und da kann ich mir echt vorstellen. Boah. Das muss ja echt den Speicher fressen. Also da hast du bestimmt 120 Gigabyte. Das würde gar nicht reichen. Voll. Also da muss ja echt schon einen Terabyte an Speicherkarten und so haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es für das Handy ist, was da jetzt die aktuell höchste ist. Ich denke mal so 120 oder 240 schon. Aber ja, mal gucken. Wie gesagt, ich gucke mich das mal an. Und 4K Update müsste eigentlich immer in 4K kommen. Dafür spricht es ja für sich. Aber ich schaue mich das mal an. Und wenn die Videos nicht allzu lang sind, nur eins mal in 4K machen. Nico, du machst ja die auch immer in 4K. Habe ich ja gesehen. Ja. Und dann kann ich mich das ja auch dann in 4K gucken. Sonst. Ähm. Ich gucke nur gerade. Ja. Dann wollte ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal beim Osterupdate dabei. Und dann wollte ich sagen. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Achso. Alle neuen Zuschauer. Lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Und ciao.